und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten klember steinbaus heute habe ich für euch von fantasy die 85008 den steampunk clock tower mitgebracht dieses set wurde mir freundlicherweise wieder von fantasy zur verfügung gestellt wie immer gilt aber ich darf hier meine freie meinung sagen wenn es etwas zu kritisieren gibt dann darf ich das kritisieren und fantasy stellt mir dieses set zwar zur verfügung aber sie haben keine macht irgendwelche aussagen in meinem video zu verändern auf jeden fall handelt es sich wie es der name schon sagt um einen steampunk uhrenturm und ich sehe schon auf der verpackung wieder sehr sehr viel gold die verpackung finde ich zum thema wirklich schön gestaltet auch schöner als alle anderen fantasy verpackungen die ich bisher gesehen habe und was ganz wichtig ist auf der seite von der verpackung sehen wir hier sind go brick steine drin und es ist pad printed also kann zumindest von der seite wahrscheinlich nicht mehr allzu viel schief gehen auf der rückseite sehen wir dann auch noch mal das set aus anderen perspektiven und wir sehen eine funktion die dieses set hat und zwar dass sich die uhren mit drehen und auch das pendeln mitschwingt wie das ganze gelöst sein wird finden wir natürlich zusammen raus da bin ich sehr gespannt wir haben auch wieder das fantasy siegel und laschen bei der box womit wir die box zerstörungsfrei öffnen können und ich würde sagen genau das tun wir jetzt auch denn das wichtigste ist natürlich in der box und wenn wir dann die packung aufmachen haben wir natürlich die steine tüten ich finde es immer noch richtig cool dass fantasy hier designmäßig seinen style durchzieht und wir dann auch wieder die beschriftung genauso haben wie wir das schon kennen mit den bauabschnitten von 1 bis 16 das hier sind die steine tüten 1 bis 10 11 bis 16 habe ich tatsächlich sogar schon aussortiert also es sind eigentlich noch mehr steine die wir hier bekommen aber die ganzen steine tüten auf dem tisch unter zu bringen das muss man erstmal schaffen deshalb dass hier sind die steine tüten 1 bis 10 damit er wieder das design gesehen hat das hat sich von den anderen sets nicht verändert über die steinequalität von den steinen reden wir natürlich wie immer während des baus sehr viel sollte qualitätsmäßig hier aber gar nicht schief gehen können denn wir haben neben dem traumhaften pad printed auf der box ja auch schon gelesen dass hier wieder go brick steine drin sind und das ist immer eine qualitätsmarke für sich gewesen bisher dann haben wir noch diese schöne große grundplatte das ist wirklich eine base plate und sie ist wirklich kerzen gerade angekommen also die wurde beim versand gar nicht beschädigt und sieht richtig richtig gut aus ebenfalls nicht in einer steine tüte ist noch dieser go bricks rückziehmotor wie der verbaut wird bin ich auch sehr gespannt und auch in der box haben wir natürlich noch die anleitung die hat ein eigenes design also es ist nicht dasselbe design was wir auf der box finden das gefällt mir aber echt gut das ist so ein wirklich schönes vintage steampunk design aber ich finde es ist halt auch nicht over the top sondern es ist wirklich hübsch geworden die anleitung ist geklebt ist leider beim versand bei mir auf einer ecke umgeknickt und wir haben wieder die standard seiten wie wir sie schon von fantasy kennen wir haben auch wieder den fantasy kunden support und die fantasy website verlinkt da könnt ihr wie immer gerne drauf schauen hier sehen wir auch schon ein paar funktionen davon gezeigt da schauen wir uns dann aber am set an und was ich immer schön finde wir sehen hier genau welche bauabschnittstüten welchen teil des sets am ende bauen und man kann wirklich schon hier direkt den fortschritt sehen den man dann bei den bauabschnitten macht die papierqualität und die abbildungen sind wieder absolut hochwertig es wird nichts ausgegraut was gebaut wurde sondern es wird alles weiterhin in vollfarbe dargestellt und das was neu gebaut wird wird mit pfeilen beziehungsweise einer roten umrandung gezeigt und wir haben insgesamt 354 bauschritte auf 98 seiten gezeigt und hier sehen wir wieder die anderen themen rein von fantasy also die astro boy reihe dann verschiedene sets aus der steampunk reihe das gaming desktop case das finde ich sehr cool das möchte ich auf jeden fall auch noch vorstellen die forest cabin die wir uns schon angeschaut haben dann die probe reihe wo wir das hervorragende treasure hunt steamship schon zusammen angeschaut haben und auch die sagittarius reihe also ich finde es gut dass fantasy sein sortiment immer weiter ausbaut neue themen welten dazu kommen und ich freue mich auch schon auf dieses erste set was ich aus deren steampunk reihe jetzt bauen werde und ich kann es eigentlich gar nicht mehr abwarten dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem zweiten bauabschnitt wieder wir haben die grundplatte schon mal gebaut also den vorplatz haben hier ein geländer hin gebaut und zwei laternen hin gebaut und wir haben von dem turm schon mal das fundament und den anfang gebaut auch die ersten goldteilchen sind hier schon zu erspähen der anfang vom turn gefällt mir sehr gut hier sind einige teile reingeflossen wir haben viele verschachtelungen und das ganze lohnt sich am ende auf jeden fall aussehen mäßig und wie gesagt das hier ist erstmal nur der anfang hier kommt noch viel viel mehr nach und beim vorplatz haben wir die schönen laternen gebaut das hier sind gummiteile die diese laternenoptik richtig gut rüberbringen also die laternen gefallen mir sehr gut und auch das geländer gefällt mir sehr gut steine qualitätsmäßig sind wir hier bei go bricks bedeutet das baugefühl ist richtig gut die klemmkraft ist absolut spitze und vom aussehen sind die teile auch größtenteils sehr gut wir haben aber diese eine bekannte schwäche von go bricks auch in diesem set wieder und das sind verkratzte fliesen es ist deutlich besser als bei der forest cabin die wir ja auch schon von fantasy vorgestellt haben und fliesen glänzen hier im vergleich zur forest cabin auch noch aber sie sind eben doch relativ stark angekratzt und was mich bei den großen fliesen generell bei den meisten herstellern stört wir haben bei den großen fliesen diesen sehr offensichtlichen angusspunkt in der mitte damit das bild ein wenig kaputt macht und auch haben wir im grauton leider relativ offensichtliche farbabweichungen zwischen den kleineren teilen und den großen teilen die großen teile sind da sehr viel heller als die kleineren teile und das fällt doch sehr stark auf ich finde das ist alles noch im vertretbaren rahmen aber es ist eben diese eine schwäche die go bricks hat an der sie noch arbeiten müssten damit sie für mich zum absoluten top steine anbieter werden so spielen sie schon ganz oben mit aber dieser letzte funken fehlt mir noch damit diese steine für mich wenn das behoben wird unangefochten an der spitze stehen bedeutet sehr gute steinequalität aber wir haben abzüge in der b note aussehensmäßig die wir jetzt besprochen haben konstruktionsmäßig hatte ich bisher spaß es sieht bisher auch alles gut aus und dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das nächste mal nach dem fünften bauabschnitt und damit nach 69 bauschritten es geht langsam voran und der untere teil des turms nimmt gestalt an ich finde auch von der konstruktion mal wieder ist er bisher richtig richtig schick geworden und passt sehr gut in diesen steampunk stil rein was mir natürlich sehr sehr auch daran gefällt sind die vielen schönen glitzernden goldteile die natürlich dem set noch mal richtig helfen hier einen richtig guten look aufzubauen aber auch leider eine kleine schwäche beinhalten denn wir haben hier nicht nur dieses schöne glänzende gold sondern wir haben an einigen wenigen ecken auch perlgold wie zum beispiel hier und stellt euch mal vor diese aufnahme hier wäre nicht perlgold sondern in dem schönen gold dann würde das natürlich noch mal viel besser aussehen das hier sticht schon etwas negativ hervor dasselbe hier unten beim eingang und auch diese skistöcke sind leider perlgold und nicht in dem schönen goldton und das natürlich jetzt die skistöcke hier perlgold sind und nicht in dem richtigen goldton das ist meckern auf einem hohen niveau was ich aber wirklich nicht schön finde ist wenn diese perlgoldelemente mit den normalen goldelementen vermischt werden denn das fällt natürlich sofort auf und stört dann leider wieder die optik also das was wir erst aufbauen diese schöne optik wird dadurch gestört und da wäre es schon viel viel schöner wenn auch diese elemente im richtigen gold wären oder dann meinetwegen auch beige damit es sich zum rest des sets anpasst aber wenn die hier in dem schönen gold sind und die in dem billig aussehenden perlgold dann passt das meiner meinung nach einfach nicht so gut zusammen das hat jetzt den bauspaß bei dem set bisher noch keinen großen abbruch getan und deshalb baue ich jetzt auch weiter und hoffe dass dieser kleine fehler hoffentlich nicht mehr so oft vorkommen wird und wir sehen uns das nächste mal nach bauschritt 216 wieder für einen kurzen zwischenbauschritt einmal um euch zu zeigen wie gut schon dieser unterteil aussieht bisher also ich bin ein riesen riesen fan von dieser steampunk optik obwohl ich vorher noch nicht viele steampunk sets gebaut habe das ist aber richtig richtig schön und das zeigt auch wieder wenn fantasy irgendein thema anfasst dann machen sie es richtig zumindest von der optik denn mit der technik die hier drin ist habe ich bisher ein kleines problem darauf gehe ich dann aber ein wenn der turm wirklich komplett fertig ist denn ich weiß auch nicht ob dieses problem vielleicht noch gelöst wird im laufe des baus optisch wie gesagt ist das ganze aber super super schön wir bauen hier sehr sehr viele teile mehrmals denn der turm sieht auch von den anderen seiten dann sehr ähnlich aus nur von dieser seite haben wir fenster damit man auch noch mal mehr an die technik reinschauen kann und an dem oberen bereich den wir auch gebaut haben liegen dann eben die zahnräder frei und man kann bisher auch noch viel von der technik bestaunen das verkleiden wir aber gleich deshalb habe ich das ganze jetzt noch mal im zwischenbauschritt gezeigt wovon ich optisch aber kein großer fan bin das seht ihr durchschimmern hier drin haben wir sehr sehr viele bunte türen die gehören mit zur technik die hier drin verbaut ist und es kann auch sein dass diese bunten türen in irgendeinem steampunk universum super viel sinn machen das könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben man lernt nie aus aber wenn der rest wirklich so gut aussieht mit diesen gold teilen dann stört mich das besonders weil wir ja hier viel luft umbauen bei diesem turm damit die technik in platz hat und damit durch diesen teils filigranen stil hier auch sehr viele löcher an der fassade entstehen wo man natürlich dann dort drin blau orange und alles durchschimmern sieht für mich persönlich hätte man das schöner lösen können außer ihr sagt mir jetzt natürlich noch dass das irgendeinen super sinn hat den ich momentan noch nicht verstehe ich bin auf jeden fall bisher immer noch ein großer fan selbst wenn sich dieses kleine technische problem nicht noch lösen sollte wie gesagt da gehe ich dann am ende drauf ein und wir sehen uns gleich mit dem fertigen turm wieder und damit ist der fantasy urenturm steampunk edition auch schon fertig man muss einfach fairerweise sagen von außen dieses set ist wunderschön wenn man auf steampunk steht und wenn man auf gold steht das ist wirklich teilweise sehr filigran gebaut sehr detailreich wir haben tolle teile an den richtigen stellen und wir haben viele prints und die prints sehen auch richtig richtig gut aus also rein von der optik und von der ästhetik finde ich dieses set bisher von allen fantasy sets am schönsten ich habe schon einige fantasy sets gebaut die waren alle nicht hässlich sondern auch schön alle auf ihre weise aber dieses set setzt da nochmal eine schippe drauf und man muss einfach sagen aussehensmäßig und ich rede jetzt nur rein über das aussehen denn wir reden noch gleich über etwas anderes hat fantasy hier das was sie angefasst haben wie sie es eigentlich in letzter zeit immer machen zu gold gemacht im wahrsten sinne des wortes durch viele gold teile auch wenn wir das problem mit dem perl gold und metallik gold haben worüber wir gleich nochmal kurz sprechen werden aber wenn sie so ein thema anfassen dann machen sie es richtig und deshalb ist abgesehen von dem worüber wir gleich noch bei der technik reden werden dieses set für mich schon mal für leute die es optisch schön finden eine absolute empfehlung also bei mir wird das ganze im regal landen auch wenn man da ein relativ großes regal braucht also ein kalax tut es bei der höhe auf jeden fall nicht mehr aber es ist ein richtiger richtiger hingucker und auch wenn ich am anfang nicht so viel mit dieser ganzen steampunk thematik am hut hatte finde ich diese optik und diese umsetzung auch sehr sehr schön und ich kann mir durchaus vorstellen in nächster zeit noch einige steampunk klemperstein sets zu bauen wenn sie optisch ungefähr genauso schön sind wie dieser uhrenturm auch finde ich die kleinen details noch schön die dann diesen vorplatz zum turm beleben wir haben also eine telefonzelle auch diese telefonzelle mit sehr sehr vielen gold teilen leider aber auch einige perlgold teile darunter aber auch detailreich gebaut allein an der telefonzelle sind auch wieder vier prints und darin noch mal einer das sieht wirklich schön aus wir haben so ein kleines taxi was auch wirklich fahren kann in diesem an london angelehnten stil und wir haben einen wirklich sehr sehr schön springbrunnen gebaut und dieser zusammen mit dem geländer rundet einfach diesen vorplatz zu diesem turm nochmal ab jetzt habe ich natürlich dieses set optisch gelobt aus tiefsten herzen weil ich das set einfach wirklich wirklich wunderschön finde aber es gibt sachen die dieses set leider daran hindern für mich das beste fantasy set bisher zu werden eine sache davon ich habe es während des baus schon mal kurz angesprochen wir haben leider diesen mischmasch aus perlgold und metallik gold elementen das ist erstmal finde ich unschön von der optik was es aber für mich noch mal etwas fader vom beigeschmack macht ist dass auf der verpackung das ganze zumindest so aussieht so wirkt als hätte man es retuschieren wollen und es kommt alles metallik gold herüber jetzt habe ich aber noch zwei sachen die zumindest eine böse absicht infrage stellen die eine sache ist ihr seht es bei meiner beleuchtung dass dort auch die perlgold elemente ein wenig wie metallik wirken nicht so extrem wie auf der verpackung aber es fällt auch nicht sofort auf dass es perlgold ist wenn man jetzt hier von ein foto schießt und auf die packung macht könnte man auch schon unterstellen hier wurde retuschiert obwohl auf diesen bildern überhaupt nichts in diese richtung retuschiert wurde und das nächste ist ich glaube fantasy wollte das ganze mit metallik teilen machen denn auch in der anleitung gibt es keinen unterschied zwischen den perlgold und den metallik gold tönen die sind in der anleitung gleich dargestellt und ich denke fantasy wollte alles metallik gold machen und sie wussten genau dass es damit am besten aussehen wird aber go bricks oder auch andere lieferanten konnten ihnen die teile nicht machen das entschuldigt nicht dass es nicht sofort auf der verpackung ersichtlich ist dass hier perlgold mit dabei ist aber ich denke nicht dass dahinter eine böse absicht gesteckt hat deshalb in dem fall für mich im zweifel für den angeklagten aber ich würde fantasy bitten dass sie in nächsten verpackungen darauf achten dass sie dort wirklich genau das abbilden was man auch bekommt denn fantasy kam mir bisher immer wie eine sehr ehrliche firma rüber ich zweifle auch daran dass hier irgendjemanden reinlegen wollten aber dann sollen sie bitte darauf achten dass so etwas in zukunft nicht mehr unbedingt passieren kann und dann haben wir noch das meiner meinung nach schwerwiegendste problem zumindest wenn man es auf die funktion abgesehen hat denn wir haben hier hinten etwas zum aufziehen der funktion man kann es natürlich auch in die andere richtung bewegen und dann drehen sich die uhrzeiger mit das pendel schwingt mit und diese ganze konstruktion mit den türen im inneren dreht sich mit das ist auch von der konstruktion echt cool und technisch teilweise nicht unbedingt herausfordernd weil die anleitung gut ist aber es ist auf jeden fall viel mehr drin als in dem üblichen dänischen technik set jetzt ist aber ja eigentlich der trick dahinter dass man hier einen rückziehmotor verbaut hat und wenn man das ganze jetzt nach rechts aufzieht lädt man ja den rückziehmotor auf wenn ich den jetzt aber los lasse seht ihr gut das funktioniert erstmal relativ schnell wird dann langsamer 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 und dann funktioniert es aber gar nicht mehr jetzt könnte man denken der rückziehmotor ist halt ausgepowert dann wäre aber auch schon der rückziehmotor etwas sinnlos denn so kurz die funktion bringt nicht wirklich was wenn ich es aber anstupse dann geht die funktion weiter also der rückziehmotor hat eigentlich noch power aber nicht genug power um diese ganze funktion am laufen zu halten wenn ich es anstupse geht es wieder leicht los und dann hört es wieder auf stupst man es nochmal an geht es wieder los und das ist natürlich schade weil damit die funktion eigentlich etwas fehlerhaft ist man kann es händisch betätigen und die frage ist sowieso wie oft man so eine funktion betätigt aber dieser rückziehmotor ist wahrscheinlich zu schwach für dieses set und die ganze reibung die hier drin ist ich bin mir sicher ich habe keinen fehler gemacht werde mich da aber jetzt gleich nochmal informieren ich möchte aber vorher keine anderen reviews zu seinem set anschauen damit meine meinung nicht verfälscht wird deshalb sage ich euch gleich nochmal was ich dann in diesen anderen reviews eventuell gesehen habe und werde dann auch nochmal sagen ob ich vielleicht doch was falsch gebaut haben könnte weil es bei anderen funktioniert da melde ich mich gleich nochmal aber zumindest so wie ich es jetzt hier stehen habe funktioniert es nicht so gut wie die funktion eigentlich sein sollte für mich ist jetzt der rückkehrschluss dass ich diesen ganzen unteren aufbau mit den türen einfach raus baue und die funktion sowieso nicht mehr wirklich nutzen werde das ganze kommt dann ins regal und sieht dann meiner meinung nach auch noch schöner aus weil diesen bunten türen nicht drin sind die mich ja gestört haben und damit ist für mich die große stärke dieses sets und das ist eben die optik im vordergrund und die funktion ist dann nicht schlimm dass sie nicht mit dabei ist also zusammengefasst haben wir hier ein wunderschönes set ich würde darüber muss man nicht streiten der einzige abzug in der schönheit sind die perlgold teile wir haben sonst tolle bautechniken dabei wir haben viel technik drin die aber am ende nicht hundertprozentig so gut funktioniert wie sie funktionieren könnte wir haben tolle gobrick steine von der verbaubarkeit bei den fliesen sind sie immer noch leicht verkratzt ihr habt das gesehen aber sie haben sich dort schon sehr gesteigert und wenn man dieses set optisch toll findet ist es eine absolute kaufempfehlung wenn man die technik spannend findet ist die kaufempfehlung etwas eingeschränkt weil sie ja zumindest bei mir nicht hundertprozentig funktioniert von mir gibt es trotzdem auf jeden fall eine kaufempfehlung dieses set gibt es zu echt guten preisen und teilweise guten rabatten auf amazon und da bekommt man es für unter 100 euro und dann ist das eigentlich gar keine frage mehr ob dieses set sich lohnt also allein die ganzen metallik gold teile die man hier ausschlachten kann wären manchen leuten schon 30 40 euro wert und da hat man noch gar nicht eingerechnet dass hier wie gesagt wirklich tolle filigrane bautechniken sind und das ganze wirklich schön aussieht und viel viel spaß gemacht hat beim bauen jetzt springe ich noch mal kurz in andere reviews und wir hören uns gleich nochmal so also ich habe mir jetzt noch ein paar andere reviews angeschaut und einige haben wirklich das gleiche problem wie ich zum beispiel steine küste habe ich mir angeschaut und er hat auch eine sehr ähnliche meinung zu den anderen sachen wie ich sie jetzt hier erklärt habe und er hat genau dasselbe problem bei seinem aufbau wie ich es jetzt hier habe technisch deshalb gehe ich davon aus dass wirklich ein fehler von fantasy vorliegt und ich finde steine küste hat das auch sehr sehr schön zusammengefasst und ich habe da wie gesagt ein sehr ähnliches fazit wie die steine küste denn fantasy kann richtig gut mit systemsteinen schöne sachen bauen und auch leichte funktionen darin umsetzen mit spielfeatures wie zum beispiel bei dem steamship aber hier haben sie sich wahrscheinlich etwas übernommen ich finde es ich habe es im fazit gesagt nicht so schlimm und es gibt trotzdem die kaufempfehlung weil die anderen sachen so punkten aber die kleinen sachen die jetzt hier kritisiert wurden daran kann fantasy gerne noch arbeiten denn wenn das abgestellt wird dann ist es überhaupt keine frage mehr dass fantasy ein absoluter top hersteller ist und das sage ich nicht weil ich dieses set geschenkt bekommen habe sondern das sage ich aus vollster überzeugung und wie auch steine küste das gesagt hat aus meiner sicht als konsument ich frage mich hätte ich das geld dafür bezahlt genauso wie er und in diesem falle hätte ich das geld dafür auf jeden fall bezahlt und hätte danach ein gutes gefühl gehabt wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick Sauerk Bis zum nächsten Mal.